Moin Freunde der Chris Garage und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute mal wieder eine Idee vorbereitet, die unterstützt wurde durch einen Bekannten, vielleicht auch bald Freund, Thomas Stober. Erstmal deinen Danke. Du machst dieses Video möglich, aber worum soll es überhaupt gehen? Wer mir auf den Social Media Kanälen, sag ich mal Facebook, folgt, der hat schon mal was von der Fünferbande gehört. Ich habe jetzt auf der letzten BWS mir überlegt, ich möchte mal wieder im M-Chassis-Bereich Rennen fahren. Das gibt es schon ein bisschen länger nicht mehr. Ich bin so ein bisschen rumgelaufen, habe auch so drei, vier andere Leute getroffen, die haben gesagt, M-Chassis finden sie cool, sind sie gleich mit dabei. Wenn ich was auf die Beine stellen möchte, sie würden sich freuen. Und ich möchte da was auf die Beine stellen. Zurzeit bin ich aber noch im Hin- und Herüberlegen, was es überhaupt sein soll. Also eine M-Chassis-Serie, die ich gerne im Idealfall an eine andere Liga, sozusagen an eine andere Rennliga anbinden würde. Da bietet sich natürlich die Berlin Touring Masters an, die BTM. Dort gibt es keine M-Chassis-Klasse und da könnte man einen unterbringen. Und dann habe ich überlegt, was macht denn gerade Spaß? Und ich finde den Ansatz, den RCK gerade mit der neuen Clubman-Klasse macht, ziemlich cool. Ein günstiges Chassis, mit nur ein bisschen Tuning erlaubt, oder eher gesagt, zwei Chassis gibt es da sogar, aber günstig. Und alle fahren die gleiche Karosserie, ein BMW M3 E30 aus der DTM-Zeit, sage ich mal. 1990, 91, nein, 98, nee, 88, 89, 90, 91, 92. Da war der Wagen ziemlich groß. Und was ich damals auch sehr cool fand, sowas ähnliches, war der Renault 5 Pokal hier in Deutschland. Oder der Renault, der R5 Turbo Cup europaweit, wurde das ausgetragen auf einem Renault R5, so wie ich ihn hier habe. Das ist jetzt mal eine Version von Tamir, kam auf ein M05 Chassis in der Rallye-Version. Ist ja auch Gruppe B so gefahren, wie er hier steht. Mit dem Wagen haben die aber auch eine preisgünstige Serie angeboten, wo sich ganz am Anfang einfach Fahrer sozusagen melden konnten, bewerben konnten. Dann wurden sozusagen Werksfahrzeuge gestellt. Und das war eine richtig große Gaudi. Das wurde bei anderen Rennen mitgefahren und hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich würde das gerne anlegen, denn für M-Chassis gibt es sehr schöne Renault 5 Turbo Karosserie. Einmal von Karten gibt es eine, dann die hier von Tamir. Die ist mittlerweile sehr selten geworden und auch mit den ganzen Anbauteilen hier vorne vielleicht nicht die beste Version, um mit ihr jetzt Rennen zu fahren. Aber ich glaube, zwei Hersteller gefunden, die auf einem M-Chassis mit dem Radstand, glaube ich, 210 mm eine sehr schöne R5 Karosserie angebracht haben. Das heißt, in der Art könnte man doch Rennen fahren. Aber welches Chassis soll drunter stecken? Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe hier mal einen etwas aufgetunten M06 von Tamir. Ein bisschen Alu drin. Sachen, die so ein bisschen schnell nervig sind, die hier ausgebessert wurden. Ich habe eine Lenkung aus Aluminium nachgezogen. Ich habe die Radaufhängung, die C, habe es hier vorne aus Aluminium. Die Besonderheit, wir haben einen sehr weit hinten liegenden Motor. Hier auch noch so ein paar Metallkühler sozusagen verbaut, damit der Motor die Hitze ein bisschen besser abgibt. Ansonsten sind hier noch Öldruckstoßdämpfer verbaut. Das wäre ein M6. Mit dem könnte man zum Beispiel fahren. Was ich ziemlich cool finde, gibt es so aktuell Versionen von mit anderen Karosserien drauf ab 100 Euro. Aber so im Schnitt kostet die 130 Euro. Dann hast du einen Fahrtenregler, einen Motor, eine Karosserie dabei und Reifen. Und dann müsste man halt gucken, man kann die halt auf verschiedene Radstände einbauen. Der kürzeste wird 210 Millimeter. Und dann müsste man sich halt eine der R5 Karosserien holen und könnte mit dem Wagen fahren. Also entweder möchte ich es komplett offen lassen oder man sagt nur Tamir. Und dann halt entweder der 06er oder der 05er vielleicht, um es günstig zu halten. Auch so ein Chassis, diesmal im Frontmotor. Hier ist noch kein Tuning drin. Frontmotor, Front angetrieben. So ein bisschen mehr wie der R5 auch wirklich wäre als Frontspiel-Chassis. Gibt es auch mit verschiedenen Modellen ab 100 Euro. Im Schnitt auch so 130 Euro. Dann halt immer mit Fahrtenregler, einem einfachen Motor, Rädern, Karosserie. Alles das, was ihr braucht. Interessanterweise, es gibt das M07 noch. Das finde ich aber gerade nicht so sehr. Das ist schwer zu bekommen. Wäre ein Frontmotor. Schon ein bisschen mehr die Rennversion von Tamir. Kost, glaube ich, habe ich gar keinen Preis zu gefunden. Aktuell gibt es noch das M08. Wäre also eine Rennversion sozusagen mit Heckantrieb. Ich glaube, da liegt der Motor aber vor der Hinterachse. Nicht so weit hinten, wie es hier jetzt wäre. Gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal als Rennversion. Dann liegt man da ungefähr bei, wo habe ich ihn aufgeschrieben? Da hat 270 Euro. Dann ist aber schon Tuning mit dabei. Allerdings keine Karosserie, keine Elektronik. Und die Standardversion kostet 170 Euro. Es gibt auch noch das MF01X. Ein 4WD-Chassis von Tamir. Könnte man auch überlegen, ob man dies sozusagen für den Renneinsatz umbaut. Ist ein bisschen mehr auf Rallye gesetzt. Könnte man aber natürlich auch bauen. Wäre dann halt Vorder- und Hinterradantrieb. Gibt es so ab 140, 150 Euro. Das sind so die Tamir-Modelle, die es gibt. Es gibt aber noch andere Hersteller. Und darüber möchte ich heute mal mit euch reden. So, nach dem langen Intro herzlich willkommen beim Karten M210R Vorstellvideo. Zur Verfügung gestellt wurde mir der ganze Bausatz hier. Nicht für mich. Es ist seiner. Ich darf ihn aber aufbauen und testen von Thomas. Thomas Strobl kommt aus Österreich. Will mit dem, glaube ich, die Rallye Classic fahren. Die Rallye habe ich schon mal vorgestellt. Braucht also ein zweites Chassis, glaube ich. Ich glaube, ein M210R hat er schon. Hat noch einen zweiten Bausatz gehabt, den er aufbauen möchte für diese Saison. Und da hat er mich gefragt, ob ich den nicht aufbauen möchte. Ja, das möchte ich. Freut mich sehr. Ich habe totales Interesse an diesem Chassis. Weil ich ja gerade mehrere Chassis mir angucken möchte, ob ich sage, okay, wir lassen für diese Klasse einfach alles zu, was möglich ist. Oder wir versuchen es preisgünstig zu machen. Wobei preisgünstig, der ist auch preisgünstig. Hier ist es die R-Version. R-Version kostet ungefähr 150 Euro als Bausatz. Es gibt den auch einfach als Karten M210 so. Dann ist es mit sehr viel mehr Plastikteilen. Kostet ungefähr 120 Euro. Also, die R-Version hat ein paar mehr Futures dabei. Unter anderem Aluminium 12mm Radmitnehmer, einstellbare Spurstangen, Aluminium Öldruckstoßdämpfer und Metallkegeldifferenziale. Des Weiteren hat mir der Thomas noch einiges mitgeschickt, was ich auch mit im Wagen verbauen soll. So ein bisschen Tuning, keine Ersatzteile. Hier zum Beispiel haben wir einen Lüfterhalter für einen 30mm Lüfter, denn er möchte einen Lüfter verbauen. Im Rennbetrieb werden die Motoren recht schnell heiß. Wenn man da den Motor so ein bisschen kühlt, hält er länger die Kraft sozusagen. Das heißt, hier ist ein kleiner Motor, Kühler sozusagen, den man mit im Chassis drin verbaut. Der ist mit dabei. Dann gibt es nochmal die Querlenkerhalterung und die Querlenker mit so ein paar Kugelladern. Dadurch wird die Lenkung so ein bisschen smoother. Das werde ich einbauen, anstatt dem Original, was hier dabei ist. Natürlich gibt es noch einen Stabi-Satz dabei. Auch der hilft dem Wagen sozusagen im Kurvenbereich besseren Bodenkontakt zu haben und schneller durch die Kurven zu kommen. Das sind so Sachen, die er noch nachgebaut haben möchte. Des Weiteren hat er mir noch ein paar Elektronik-Sachen dazu gebaut, denn ich soll ihm den Wagen komplett rennfertig machen. Nein, hier ist kein Türstopper drin. Hier drin sind noch so ein paar andere schöne Sachen verbaut. Also zum einen hat er mir ein festes Horn mitgegeben. Also er möchte kein Servo-Saver haben. Er hat ein Horn, damit fährt man direkter. Allerdings werden Einschläge in Banden, wenn die direkt auf das Vorderrad kommen, direkt auf den Servo übertragen. Wenn das ein recht günstiger Servo ist, kann der mal kaputt gehen. Wenn man besser fährt, braucht man das nicht unbedingt, wenn dadurch wird die Lenkung manchmal ein bisschen schwammig. Also mit einem Servo-Horn, wie es hier ist. Im Stachen ist die Lenkung direkter, aber der Servo wird stärker angefallen. Dann haben wir noch von Hobbywing ein XR10. Ein Fahrtenregler mit ordentlich Power. Ich glaube, das ist ja einer mit 70A Ausgang. Also ein schickes Teil. Ich habe davon auch einen. Macht Laune, ist in der Klasse super einzusetzen. Ich habe noch ein Adapterkabel und, wo wir gerade vom Servo gesprochen haben, ein STR-Servo. Und zwar einen ganz besonderen, ich lese mal die Artikelbezeichnung vor, der BH8015. Und was das denn kann? Verdammt schnell sein! Denn 60 Grad Lenkeinschlag bei 8,4 Volt, das ist ja das, was wir da haben, 0,05 Sekunden braucht er, um 60 Grad zu überschlagen. Das heißt, eine sehr, sehr, sehr schnelle Lenkung. Allein das Teil 100 Euro. Und weil es ein kleiner Wagen ist, einen kleinen Lipo, ich habe keinen zum Testen, hat er mir dankensweise mal einen mitgegeben, damit ich auch die Kleinen den Wagen noch mal testen kann, wenn er denn aufgebaut ist. Also noch einen kleinen Akku dabei. Das sind sozusagen die Shorties, auch zwei S-Lipos. Ist jetzt hier 4200 mAh. Und einen schicken Motor. Und da bin ich ja doch so ein bisschen verwundert, die fahren recht schnelle Motoren da hinten. Also, wir haben hier von Reedy ein Power, und zwar die Reedy Power S Plus Version Motoren, kosten so um die 110 Euro Stück. 13,5 Turn. Das Schnellste, was ich bis jetzt gefahren bin, sind 17er. 13,5 ist schon recht schnell. Das in einem kleinen Wagen. Muss mal gucken, was für eine Übersetzung man hat. Aber damit fahren die halt. Den werde ich verbauen. Und so Grund im Ganzen, was wir jetzt hier haben, kann ich einmal kurz ablisten. 150 kostet allein nur der Chassis-Bausatz in der R-Version. 120, die günstigere. Es gibt noch eine M210 R-Plus-Version. Da sind dann schon Stabi-Satz dabei und noch so ein paar andere Sachen. Die liegt ungefähr bei 185 Euro. Macht vielleicht Sinn, da die Euros auszugeben. Ansonsten hat er ungefähr mir noch für 66 Euro Tuning-Teile dazu gelegt. Wir haben 100 Euro für den Servo, 110 Euro für den Motor, 80 Euro für den Fahrtenregler, 20 Euro für so ein Servohorn und 45 Euro für den Akku. Wenn man das alles mit einer Fernbedienung aufbauen möchte, das, was ich jetzt hier habe, muss man knapp 670 Euro investieren. Ist gar nicht so günstig, dafür, dass es ja eigentlich günstig sein sollte. Das heißt, so wie er hier ist, ist er, glaube ich, für die Klasse und für die Idee, die ich habe, was diese R5er-Freunde-Serie sozusagen angeht, ein bisschen zu hoch geschossen. Aber ich schaue mir mal an. Vielleicht macht das Tuning Sinn. Auf jeden Fall, Elektronik ist halt immer teuer. In diesem Fall sogar teurer als der ganze Wagen. Gehen wir mal einmal den Unboxing kurz hier durch und dann besprechen wir weiteres. Schauen wir uns noch mal hier die Verpackung an. Also wir sehen vorne drauf von Karten den M210, die allgemeine Box. Hier sehen wir jetzt schon abgebildet den drauf, den M210R. Genauer sehen wir es auch noch mal hier an der Seite. Hier haben wir den Punkt M210R. Und hier auch die Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Also im R drin ist ein Metallgetriebe-Differenzial. Wir haben Aluminium-Stoßdämpfer, wir haben Sechskant-Reifen-Mitnehmer und Turnbugs. Das heißt, die haben in der Mitte noch einen kleinen Ansatz sozusagen, mit dem man besser schrauben kann. In der normalen Version wären nur Schrauben drin. Die hier haben zwei gegenläufige Gewinde. Unterschied zum R ist halt Plastikstoßdämpfer und ein Ballgetriebe. Lässt sich ein bisschen komplizierter aufbauen. Das läuft ein bisschen ruhiger. Hier haben wir noch mal die Abmaße. Das heißt, einstellbar ist er ungefähr auf 208 bis 210 mm. Das heißt, mit dem kann man nur die kurze Version fahren. Anders bei Tamir ja zum Beispiel. Da kann ich zwischen den 210, 225 und 239 mm die meisten Chassis hier immer im M-Chassis-Bereich einbauen. Hier haben wir halt nur ein Chassis. Auf der Rückseite haben wir noch mal ein paar Vorteile. Wir haben Aluminium-Center-Div, ziemlich cool. Wir haben Aluminium-Motor-Halterung. Wir haben eine sehr schöne, leichte Aluminium-Servo-Halterung. Wir haben Stahl-CVDs, finde ich auch sehr spannend. Eine super Gear-Aufnahme sozusagen, um das Hauptzahnrad zu regeln. Hier in der R-Version sind jetzt halt noch drin, wie ja gerade schon angesprochen, das Metall-Differenzial. Das Metall-Getriebe-Differenzial. Wir haben die Aluminium-6-Kant-Mitnehmer sozusagen und die Öldruck-Stoßdämpfer. Schauen wir mal rein. Sieht schon ein bisschen anders aus, als wenn ich mir jetzt so Tamir-Modelle angucke. Dabei ist hier noch ein 4000er-Öl und das ist, glaube ich, so dünfflüssig, das müsste für die Stoßdämpfer sein. Wir haben eine Carbon-Chassis-Platte. Die ist ungefähr 2 mm dick. Wir haben eine kleine gedruckte Anleitung, ein DIN-A5-Heft. Hier drin sind beide Versionen drin. Noch mal ein paar Sticker. Schauen wir uns mal die Bodenplatte genauer an. Das heißt, wir haben hier aus Carbon sehr schön leicht, leicht beweglich, die Carbon-Deckel obendrauf sozusagen. Und hier noch leicht ölig die Carbon-Bodenplatte. Alles schon sehr sauber vorgebohrt. Die Carbon-Aufblick ist nur außen drauf, ist so ein gepresstes Material. Die Kanten sind schön geschlossen. Und dann gehen wir auch mal in die Haupttüte mit rein. Hier haben wir schon mal in Tüte E die anderen weiteren Carbon-Teile. Das sind zum einen die Stoßdämpfer-Brücken sozusagen. Dann haben wir hier noch Aufnahmen vom Bumper. Teile für den Servo, sind auch aus Carbon. Hier ist das Servo-Bereich. Das heißt, mit dabei Alu-Servo-Halterung mit einem Carbon-Deckel und ein Servo-Safer. Den soll ich ja nicht verbauen. In der Tüte F haben wir drin die C-Hubs. Die Lenkung, diesen Bereich hier, das ist sozusagen die Lenksteuerung unten, soll ich austauschen. Wir haben die Differenzial-Gehäuse drin, die Karosserie-Aufhängung, die Karosserie-Stäbe sozusagen. Alles in der Tüte. Hier haben wir die schon vorgebauten Aluminium-Öldruckstoßdämpfer. Können hier noch die verschiedenen Hülsen innen drin, die Plättchen sozusagen austauschen. Die haben verschiedene Bohrungen. Dadurch kann das Öl schneller oder langsamer fließen. Ich muss mal gucken, was drin ist. Und durch ein Video, was ich mir schon angeguckt habe, weiß ich zum Beispiel, dass es beim T410, gibt es ja auch, ist die große Version, waren die nicht unbedingt gut gefüllt. Das heißt, die nochmal aufmachen und ordentlich nachfüllen. Hier haben wir die Alu-Mittelkadenwelle. Wir haben schon die vorgebauten, sozusagen Lenkgestänge und oberen Aufhängungen. Wir haben hier die Alu-Sechskant-Mitnehmer und die Stahl-CVDs, finde ich ziemlich gut. Macht richtig was her. Also qualitativ sehr viel interessanter als das, was ein Tamir-Modell zu bieten hat. Hier schon komplett vorgebaut. Die Metallgetriebe-Differenziale. Vorne und hinten. Was für ein Fett drin ist, kann ich nicht genau sagen. Wir haben auf jeden Fall hier noch die Hauptzahnrad-Aufnahme und noch ein paar Metallgetriebe-Rollen, sozusagen, um die Umlenkung auf die Diffs zu setzen. Wir haben hier schon zusammengebaute Räder, aber noch nicht verklebt, aber sehen ganz schick aus. Dann haben wir hier das Hauptmotor-Zahnrad. 39 Zähne. Wir haben die Aufnahmen, sozusagen, für die oberen und unteren Radaufhängungen. Kugellager sind dabei. Die Aluminium-Motor-Halterung. Die N kommen langsam dem Ende nah. Tüte H. Alle Schrauben. Auch schön den Immo-Sechskant. Das heißt, da braucht man andere Werkzeuge. Nicht wie bei Tamir. Im Grunde genommen Kreuzschraubenzieher. Das heißt, hierfür braucht ihr schon extra Werkzeug. Hier sind auch noch die Radmuttern für die außenliegenden Befestigungen. Und in der letzten Tüte. Hier haben wir nochmal den vorderen Bumper. Klettverschluss-Halterung für das Akkufach. Wir haben... Was ist das hier? Außen-Spiegel. Sieht aus wie zwei Spiegel. Und ein Antennenröhrchen. Und dann werfen wir nochmal einen ersten Blick in die Anleitung rein. Wie gesagt, ansonsten noch ein paar Sticker. Und die Anleitung. Schickes Heft. Insgesamt 30 Seiten. Auf der letzten Doppelseite haben wir nochmal so eine schöne Explosionszeichnung. Ansonsten. Gut gedruckt. Kann man schön klar sehen. Ich habe mir eine PDF im Internet angeguckt. Die war nicht so klar zu sehen. Hier haben wir nochmal den Unterschied. Was für Materialien wir brauchen. Wir brauchen Heckschraubendreher mit 1,5, 2 und 2,5 Millimeter. Wir brauchen Box-Außenschraubendreher sozusagen. Da werde ich das Tamirhorn benutzen. Ein Messer, eine Zange, Schere, Klebeband. Sekundenkleber für die Reifen. Und noch so ein paar andere Sachen. Hier wird nochmal gezeigt, wie die Elektronik zusammengebaut wird. Und wie man sie anschließt, um nachher auch den Servo sozusagen auf Null zu setzen. Hier haben wir so ein paar Fachdaten. Das ist jetzt sozusagen das Equipment für den M210, was dabei ist. Und hier haben wir die Daten für den M210R. Hatte ich euch von außen schon gezeigt. Was hier nochmal erklärt wird, ist, wie ist das Getriebe, das Getriebedifferenzial, sozusagen das Sternmetallgetriebedifferenzial aufgebaut. Und wie ist das Kugeldifferenzial aufgebaut. Falls man es mal auseinandernehmen möchte. Hier sind sie ja schon zusammengebaut. Wo haben wir sie? Da. Also falls ihr sie mal komplett auseinandernehmen müsst. Hier habt ihr eine Explosionszeichnung, wie das gesetzt wurde. Was ihr alles braucht, um die sozusagen zusammenzufügen. Also einmal das Getriebe und einmal das Balldifferenzial. Dann wird hier auch nochmal erklärt, wie ich die Aluminiumstoßdämpfer befülle. Worauf ich achten muss, was ich einstellen kann. Welche Federn auch hier dabei sind. Hier ist jetzt aber nur Einsatzfedern dabei. Und hier wird das Plastik erklärt. Braucht man nicht. Und dann geht es hier schon auf den Aufbau. Wir sehen immer den vorherigen Schritt. Der ist so ein bisschen ausgeblichen, leicht transparenter. Der aktuelle Schritt ist immer recht kräftig gedruckt. Ansonsten viele Erklärungen gibt es nicht. Wenn es mal eine Besonderheit gibt, ist die hier mit so einer ganz kleinen Sprechblase versehen. Also guckt immer drauf, dass ihr es richtig beachtet, richtig einbaut. Ansonsten wird hier erklärt, wie der Servo Safer zusammengebaut wird. Das machen wir auch nicht. Und so geht man dann knapp diese 33 Steps durch. Hier werden nochmal einige Chassis vorgestellt, die auf dieses M-Chassis passen. Da ist auch der von mir angesprochene Renault R5 dabei mit der Artikelnummer NBA801. Finde ich super spannend. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen. Gerade der Mini-Pickup ist interessant. Hier ist nochmal ein amerikanischer Pickup. Haben schon ein paar schöne Sachen dabei. Hier sind nochmal optionale Parts erklärt. Das heißt, falls ich etwas anders zusammenbauen möchte. Müsst ihr aber euch wieder sozusagen noch ein extra zu holen. Keine Artikelnummer. Hier hinten wird erklärt, wie die Untersetzung von dem Wagen sozusagen ist. Das heißt, der M210 hat ja zwei verschiedene Getriebe, die ihr einbauen könnt. Einmal das Baldgetriebe. Dann habt ihr diesen Übersetzungswert, wenn ihr das Hauptzahnrad benutzt. Und dann einmal mit einem... Als Rallye-Version habt ihr ein anderes Hauptzahnrad dabei. Wir haben aber glaube ich ein 72er hier drin. Muss ich nochmal genau gucken. Und wenn ich jetzt das 72er mit dem 39-Zahn-Hauptrad nehme, dann habe ich bei einem Getriebe von uns... Äh, was ist es? 9,50 Zähne. Eine 4,506. Damit recht schnell. Ansonsten sind nochmal alle Teile sozusagen, die im Bausatz drin vorkommen, mit der entsprechenden Artikelnummer hinten aufgelistet. Falls ihr davon einen nachbestellen wollt oder Ergänzungen haben wollt. Es gibt zum Beispiel verschiedene harte Federn. Es gibt verschiedene Räfen, gerade wenn ihr im Rallye-Bereich damit fahren wollt. Und wie gesagt, am Ende nochmal die komplette Explosionszeichnung. Das sind alle Parts, samt Elektronik, die ich für den Aufbau von dem Karten M210R brauche. Nur nochmal so, es gibt die Plus-Version, das ist dann schon bei der Stubby-Satz. Womit ihr sozusagen die Lenkung und das Fahrverhalten vom Wagen noch wesentlich besser anpassen könnt. Und vorne ist ein Spool verbaut, das heißt vorne ist kein Differenzial verbaut. Das heißt vorne gibt es keine Drehung im Differenzial. Vorne ein Spool macht man beim Rennfahren öfters mal gerne. Wäre noch ein Tuning-Satz, den man sich hier nachrüsten könnte. Aber auch, es gibt Aluminium-Vorspur-Blöcke. Vorspur ist jetzt hier, habe ich zu gar nichts gefunden. Hier ist eine feste Spur jetzt eingestellt. Was ich aber habe, die Lenkung vorne, die ich ja noch einstellen kann, die ein bisschen smoother wird. Für das Tuning hat sich Thomas entschieden. Deswegen, das ist sozusagen alles zu dem. Wenn ich das alles haben möchte, wie schon mal gesagt, liegen wir knapp bei 670 Euro alles zusammen. Ich möchte euch aber nochmal so ein paar andere M-Chassis kurz vorstellen. Express ist ja gerade auch in der Clubman-Serie sozusagen angesagt. Gibt auch, oder die bieten auch zwei M-Chassis an. Das wäre einmal der Express 210 XM1S. Ein Riemen angetriebenes M-Chassis. Wie gesagt, 210 mm, 210 mm. Auch da wieder nur fest. Ein Radstand einstellbar wäre der Wagen für diese Klasse. Kostet ungefähr 160 Euro. Und ein bisschen interessanter. Der wäre 4WD. Da gibt es auch noch eine 2WD-Version. Das wäre dann der FM1S. Kostet 180 Euro. Bisschen teurer. Auch immer noch Riemen angetrieben. Aber nur Front angetrieben. Das heißt, das wäre nochmal interessant. Lassen wir Allrad zu? Lassen wir nur Front zu? Lassen wir Heck zu? Lassen wir zu, was sich alle aussuchen wollen? Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne drunter schreiben, womit ihr M-Chassis fahren würdet. Was vielleicht auch eure Ideen sind, um das Regelwerk so ein bisschen einzuengen. Ich würde es ja gerne günstig halten. Ich glaube, man kann mit dem Wagen günstig fahren. Denn ich habe mein Set zum Beispiel jetzt, was die Technik angeht, kriegt man auch für 150 Euro Sachen zusammen mit einem Einstiegsbereich. Das heißt, da ist dann halt, je nachdem welcher Motor vorgegeben wird, der Motor dabei, Fahrtenregler, Lenk, Servo und Steuerung. Muss nicht so viel kosten. Kann viel kosten. Aber wenn man es günstig hält, kann man das ganze Set meiner Meinung nach auch so für 350 Euro vielleicht fahren. Ein weiteres Chassis, das ich nochmal interessant finde und vielleicht auch mal irgendwie meine Finger dran kriege, um den mir anzugucken, wäre von ABC. Einmal die 210mm Gamba Mini Version. Sind beide nur Front getrieben, also nichts mit Heckantrieb oder Allradantrieb. Von ABC sind beide Front angetrieben. Kosten einmal 100 Euro in der einfachen, günstigeren Version. Nein, nicht in der einfachen, günstigeren Version. In der 210mm Version. Es gibt ja auch noch eine 225mm Version von ABC. Nennt sich gleich ein etwas anderer Aufbau, weil es ja länger sein muss. Kostet dann 130 Euro. Das heißt, wir haben hier Chassis bei. Wenn ich jetzt überlege, von Tamiya gibt es Einstiegs-Chassis mit Karosserie, Fahrtenregler und Motor. Sind wir so bei 120 Euro. Müssten wir jetzt noch sich die Karosserie dazu holen. Also diese R5 Karosserien kosten ungefähr zwischen, sag ich mal, 28 Euro und 35 Euro. Wenn man sich dann auf den Motor was Einfaches festlegt, kann man damit sehr viel Spaß haben. Die Idealidee ist, glaube ich, alle fahren den gleichen Motor. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, damit alle erstmal da schon mal gleich sind. Also gleicher Motor, gleiche Karosserie und vielleicht darunter offen halten, was man möchte. Natürlich noch alle die gleiche Untersetzung. Und was ich auch noch sagen möchte, vom Express gibt es auch eine Version, die ist schon vorgebaut. Das heißt, sie kommt da nicht als Bausatz. Ist schon fast komplett vorgebaut. Liegt dann aber bei 230 Euro. Das heißt, ihr zahlt ungefähr 50 Euro, dass euch jemand den Wagen aufbaut, falls ihr diesen ganzen Schritt nicht machen wollt. Diesen ganzen Schritt zu diesem Chassis wird jetzt diesen Rahmen sprengen. Das heißt, es gibt ein zweites Video. Falls euch das bis hierhin schon gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr mich unterstützen wollt, es gibt einen Mitglieder-Button. Oder falls ihr mich mal anders unterstützen wollt, wie der Thomas das gemacht hat, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich bin immer dankbar für Hilfe von jeder Seite. In diesem Fall jetzt, ich kann euch einen schönen Wagen vorstellen und muss dafür nicht in meine Tasche greifen. Allerdings gehört er danach mir auch nicht. Ich werde ihn wieder zurückschicken. Danke nochmal, Thomas, dafür. Ich sage jetzt, tschau und tschüss. Bis bald, bleibt dran. Es kommen noch sehr viele tolle Videos dieses Jahr. Das wird mein RC-Jahr auf jeden Fall. Falls euch das Ganze gefällt, immer noch, lasst ein Abo da. Und jetzt sage ich tschau und tschüss. Bis bald, euer Kress. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, 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 G